Bad Münzner Eifel Bad Münzner Eifel gilt als mittelalterliches Kleinort und Erholungsort mit nahezu vollständig erhaltener restaurierter Stadtmauer. Seit 1974 ist der Ort staatlich anerkanntes Kneippheilbad. Bad Münzner Eifel ist eines der beliebtesten Urlaubs- und Ausflugsziele in der Eifel. Bad Münzner Eifel Bad Münzner Eifel liegt im Münzner Eifler Wald, einem Teil der schönen Eifel. Das gesamte Stadtgebiet gehört zum Naturpark Hohes Fennen Eifel. Wunderschön anzusehen ist der historische Stadtkern mit den Baudenkmälern und den malerischen Fachwerk Bauten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Apothekenmuseum Bad Münzner Eifel zeigt in einer funktionstüchtigen Apotheke Ausstellungsstücke aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Die Regale stammen aus dem Jahr 1806. Im Ort gibt es weitere sehenswerte Museen. Das City Outlet Bad Münzner Eifel ist das erste, das mitten in einer historischen Stadtkern der Stadtkern des ZDF für funk, 2017. Das ist die historischen Altstadt eröffnet wurde und bietet tolle Einkaufsmöglichkeiten. Das bekannte Radioteleskop in Effelsberg ist sehr interessant. Es war 29 Jahre lang das weltweit größte bewegliche Radioteleskop und wurde 1972 in Betrieb genommen. Es empfängt Radiowellen aus bis zu 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Es gibt einen Besucherpavillon und ein Aussichtsplateau. In der Sommerzeit können Vorträge besucht werden. In der Umgebung von Bad Münzner Eifel befinden sich wunderschöne Wanderwege, Mountainbike Strecken und weitere Sehenswürdigkeiten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.